hallo freunde willkommen zurück hallo hallo isi heute da ist unser ziel wie ich habe vor ein paar tage mal so ein rotes berry gesehen level 140 glaube ich ja weil ich möchte langsam mal quale töten schmecken die dir schmecken die dir oder warum das schmeckt mir das ich mag wenn ich dich mal im intern schießen und sie wie du da so nachher da war ja mal was ein kurzschluss bekommen nein das ist für die zukünftige jagd auf rex ja für die besseren nachgut das geht viel schneller so vertrauen wir mal darauf dass das modus jetzt hier nicht so ist ne ach so mal kurz eine küste landen und die agis ausnahmsweise erst mal auf neutral selbst mal schon auf neutral elektro schocker ist auch neutral so der ist knallrot ich glaube ich habe den gesehen der klemmt sogar da ist 145 hier ist aber keine gute guter platz nenne lass das mal hier um hier sitzt flach und ein bisschen abseits kann man die eigentlich bohler nein man könnte den einen netz aber 145 kriegst du nicht in der minute betreut unter geschossen was ist dann dein plan jetzt bitte was ist dein plan mein plan ich stelle hier eine klassische falle falle bauen habe ich doch schon fertig ergestellt wir sind vorbereitet wir sind vorbereitet ja genau das ist nicht normal dass sie vorbereitet sind was nur auf dass er nicht hier hochkommt ja ich pass auf ich habe auch diese elixier gemacht um 30 prozent zähmung zu sparen ich sehe als glanz fleißig mal hellblau kibbel ich habe kibbel gekocht ja nur vom besten und natürlich rote tiere mag ich jetzt sagt nicht damit ich dich besser finde dann stelle ich mich mal hier ein bisschen hinter ja normalerweise der auch gott wie weit ist er jetzt schon rumgelatschen wenn er auf mich aggro wird dann ist es gut sonst muss ich auf den drauf schießen nicht so schnell der kommt davon hat abgelassen ja das ist klar ich war zu hoch ich beobachte euch hat abgelassen sonst motiviert ist er nicht ne richtig motiviert ist er nicht aber ich meine das soll ein bisschen öfters weißen also jetzt sehe ich die falle ok ok und drin sehr gut so jetzt müssen wir die ag auf passiv nicht dass irgendwas passiert hast du ja und die bringen wir jetzt zu schlafen das ist ein männchen mal eine kleine zucht machen dann keine zucht aber du weißt dass partner buff wirklich effektiv ist ja aber jetzt mit dem maving weißt du ist er für sich nicht das große problem mehr ne ich habe irgendwie gefühlt noch 50 auszutötende eier im schrank was machst du denn den ganzen tag arbeiten gehen ach so so flucht eingesetzt so brauche ich mal einen kappen fleisch von dir fleisch beim berry nein um es mit rein zu legen damit er das kittel nicht aufgerüstet ist ein fischesser ach jo verflixt fisch hab ich nicht fisch 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 der liegt ja ich habe aber noch kein fisch warte mal Oh, Hai! Hai, Hai, Hai! Ja, Hai am Fisch! Oh, das sind auch Aborigin-Pilze! Natürlich ist das Einzige, was du finden kannst! Na ja, es müsste aber gehen. So lieber du? Also, der schlief. Ja, wie ist es mit der Betäubung? Ach, entspannbar, Bunbury. Irgendwo habe ich hier einen Back drin, jetzt treffe ich wieder. Sind ja keine Fisch im Sumpf? Ja, aber die Haie holen mich sowieso. Ey, das reicht doch, wenn ein Fisch drin ist, dass er an die Kibbel nicht anfasst. Die Haie sind aber überhaupt nicht aggressiv, irgendwie komisch. Aber, nee, Fische sind es nicht, aber Piranias habe ich gerade gehört. Piranias gibt auch Fisch. Du kannst kommisch abfischen. Ja. Aber, aber. Tüfe. Oh. Oh. Was greift sich denn an? Sarko-Suchus und Frosch. Oh. Oh. Ist aber alles tot. Alles gut. Ja. Ja. Du musst aber aus dem Wasser, du bist ja schon halb betäubt. Ja. Und erschöpft. Und erschöpft. Das war eine Oberfläche hoch. Ja. Das ist alles für ein Stückchen Fisch. Ich bin ohnmächtig. Das war mir klar. Und du säugst ab. Warte mal, das geht ziemlich schnell runter. Ich krieg dich nicht geschnappt. Ich bin gleich wieder da. Fünf. Vier. Drei. Frosch hat dich betäubt, ne? Ja. So. Ich bin wieder. Ich komme. Aber ich habe keine Ausdauer. Der ist nicht mehr aggro. In welche Richtung steht mein Agi? Ja, zu mir. Ja. Natürlich. Hier kannst du stehen. Okay. Geh mal hier am Rand. So. Ausdauer hoch. Also. Wenn das Baby 10 keine Action ist, brauchst du nur mit Isi spielen. Okay. Und der schneicht. So. Dann wollen wir ihn mal. Das Alexier kann rein. Ist fertig. Warum haben wir so einen Aufriss gemacht? Äh. Weil der schon Mordhunger hatte. Okay. Ich will aber auch eins haben. Ja. Ja. Du willst aber kein Loh haben. Nee. Hallo. Kommst du mal ein bisschen mehr in die Mitte? Ich könnte aber die Kibbel retten. Die habe ich rausgeholt. Die habe ich bei mir. Was? Die habe ich bei mir. Ach so. So. Da hätte man schon mal der Barry Nummer eins. Siehst du noch was hier? Ich habe nur den gesehen. Nein. Ich weiß nicht. Äh. Frösche sehe ich. Da schwebt ein Avi. Aber das ist ein ganzes Stück von den 10 Fallen. Ja. Du willst doch nicht alleine jagen gehen oder doch? Nein. Oder reißt sie ab? Ist ja schnell wieder zusammengebaut. Ja klar. Nur dann habe ich halt die halbe Matte. Aber was solls. Da muss man den Rest nachfahren. Äh. Bei dem Häuschen hatten wir auch eins gesehen. Ne. 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 Das ist glaube ich ein ziemlich wohl. Ja. Das stimmt. Da war so orange oder so. Oder war der grün? Meine grün. So. Ich versuche mal die von der Falle so viel wie möglich zu retten. Aber schön, dass der roten noch da war. Ich sehe aber hier wirklich weit und breit keinen. Wie gesagt, ich habe nur den gesehen. Mag ja auch sein, dass nur eine hier spawnen. Da muss man dann noch ein bisschen. Farm. Ja, Level 15. Ah. Ja. Kannst du sein Segel holen. Kannst du sein Segel holen. Hab ich. Ja. Und die Sache hat sie so schön aufgeräumt, dass es wirklich nichts mehr drin ist, ne? In deinem Auftrag, ne? In meinem Auftrag? Mhm. Ne, 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 ne. Du hast gesagt, äh, ich räume den auf. Ich war beschäftigt, weiß ich nicht mehr mit was. Mit dem Pferd. Mit dem Pferd, genau. Heißt du wirklich Pistazien? Ja. So, dann müssen wir aber jetzt ein Stückchen. Oder willst du, äh... Nein, nein, nein. Das fliegen wir. Teleportieren, ich weiß ja nicht, äh... Wohin, ne? Wohin, genau. So, und ich habe genau die Hälfte gebaut. so aber wir können die falle eben noch schnell hier bauen der ist doch alles hier vor ort faser besorgen wo bist du denn am rand also am insel ende krieg ich noch ein bisschen unterstützung ach du bist ja hier guck mal besorgst du mal stein oder stroh also ich bin beim stroh ist das hier riesen bäume drei schläge und die fall um steine und ich brauche auch faser wieso nimmst du die große steine nicht habe ich nicht gesehen so 3 habe ich schon 1 6 was fehlt mir stein und holz faser bräuch für die rampe so schmeißt du alles hin ja lassen wir mal gucken ich brauche jetzt holz für die rampe drei rampe brauche ich noch aber das kriege ich so hin ob ob sache wir haben die fledermaus nicht rum gestört so drei rampe noch 25 holz dabei dem agi über den baum dann aber alles lass uns lieber teleportieren da fliegen wenn ich wieder zehn minuten ich weiß aber nicht wo wo die wo das ist süd west 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 nein auf den brunnen gucken so teleportieren voneinander süd west dann will ein kreiders teleportieren leute wir haben erst gar nichts davon gewusst dann haben wir gesagt es geht nur mit monik weil wir es dazu für den weg haben und man muss einfach nur auf den boden gucken lange x drücken einfach lange x drücken da brauchst man kein o nicht aber meistens nachdem teleportiert entweder ich reite neben dem tier oder ist jetzt unter dem agi ja zumindest für dein bild aber es macht ja nichts ich bin da ok und ich sitz drauf so ein wasserfall durch dieses kleine hütte mit dem sie ist einer guck mal grünes berry ja männlich 95 was machst du denn für zickzack so nach dem richtigen wasserfall entschuldigung der ist es oder der sehe hier ja ist richtig wir sind wir richtig ja richtig so mr barry da im wasser da schwimmt da 145 weibchen perfekt den nehmen wir 145 weibchen komm mal hier mal hier um ein bisschen bäume du guckst auf ihn zu ne ja das ist die falle ja 245 ist doch so bei den haben wir den haben wir noch nicht da drüben ist eine schneeäule 2 ich hoffe die lasst uns in ruhe weil die schneeäule ein für sich schon einigermaßen aggressiv sind als wildtier so und die rampe kann ich drauf schießen von der rampe wo ist ja ich kann mich ja mal hier hinsetzen vielleicht kommt da raus bisschen wasser ja da guck ja jetzt ist aber ein sonntagschuss ja 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 da muss ich mal zeigen okay kommt das getroffen ja kommt ja du musst die rampe hoch ja 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 ach du bist drin aber er nicht aua gott auf dein agi auf dein agi habe es geschafft so jetzt genau weiß ja sehr gut sehr gut sehr gut der ist drin man das feuer wie schnell war der da ja du denkst immer dass er langsam ist im wasser bist schon wieder fast tot ja aber nur fast so dann hätten wir mal zwei berries und wir wohnen aber recht weit vom meer also wir müssen die mit cryo arbeiten das macht doch nichts ich könnte auch draußen ja bist du zu fuß ja sicher ach so du meinst wenn wir dann auf fallen ja gehen ja dafür gibt's grüß ok auf der flucht der liegt fisch rein habe ich hast du nicht ich habe fisch weibchen schöne farbe ja sagen wasser so grau aus ne ist aber gläulich ja bei der angenehmen fahren muss muss man dazu über eine zucht nachdenken kommt bestimmt was hübsches raus wir haben jetzt die brutkasten wenn nichts dabei rauskommt du musst es nicht alles züchten nur das beste vom westen mir die brutkasten ja warte mal wie ging das noch was denn so ja super einsatz verpasst 30 prozent hat er gekriegt das heißt ein gewöhn noch und dann ist er fertig sehr schön ich lege mich schon mal den crew nach unten ja aber die zähne aber schön nach schärfen er hat ja schicke blaue streifen der muss zum hals nasen hauen als der schneicht ja und das hat doch gut geklappt ja und wir müssen gleich mit dem ein bisschen fisch besorgen ja die müssen wir jetzt wieder separat immer haben wir bitte ein tüten wer bionics check alles klar dann fliegen wir mal nach hause äh freunde wir machen hier so ein cut wir fliegen nach hause die sieben sattel fährt die ein und wir treffen uns dann mal ans meerne bis zum nächsten mal ciao ciao und nun Vielen Dank.